Wow, Brexie, schau mich an, ich bin ein Wurm! Haha, ich bin auch ein Wurm! Schaut mal, Leute, heute spielen wir ein Obby, aber wir können Tiere werden! Ich bin jetzt eine Spinne! Ah, du bist eine Spinne! Ich beiß dich, du Wurm, ich beiß dich! Warte mal, ich bin ein Bär! Oh, Bär, ich hab Angst vor Bären! Schaut mal, da ist Brexies dickes Gesicht! Okay, Brexie, wir müssen durchstarten und wir müssen alle 50 Level schaffen! Oh, das wird schwierig! Aber das wird einfach, wir können uns in jedes Tier morphen! Oh, wie cool! Genau wie bei Minecraft, Leute, oh, und Level 1 geschafft! Okay, Brexie, jetzt müssen wir hier... Aua, ich hab Schaden bekommen! Ich nicht! Wie denn darüber, Brexie? Ich glaub, wir müssen das Keguru werden! Boom! Und boom! Das ist ja voll einfach! Warte mal, Brexie, hier sind immer Schilder dran, was wir als nächstes werden müssen! Und zwar ein Bär! Okay, Leute, und mit dem Bär kann ich einfach durchlaufen! Bro! Haha! Oh, wie cool! Jetzt bin ich eine Spinne! Weil Spinnen können an der Wende laufen! Mach Plan! Das ist ja übel easy, wenn wir jeden Morph nehmen können! Und schau mal, Brexie, wir müssen da durchfliegen! Hm, wie kann man am besten jetzt da durchfliegen? Leute, weißt du, wie man da jetzt am besten durchfliegt? Hm, als Känguru? Nein, als Bär? Auch nicht! Oh, ich hab's, Brexie! Als Hähnchen! Du hast recht! Quack, 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 quack! Und wir sind drüben! Okay, Brexie, ich bin ein Känguru! Oh, cool! Ich hab einfach alles übersprungen! Richtig gut! Und die Treppen... Oh, Mann, ich bin runtergefallen! Die Treppen... Oh, wenn wir die Treppen berühren, dann verschwinden die! Wir müssen schnell rüber! Als Känguru! Okay, beeil dich! Bist du schon oben? Mhm! Ich auch! Verdammt! Und jetzt weiter als Känguru-Brexie und sprungen! Haha! Wir müssen jetzt da durch! Wir müssen wieder der kleine Wurm werden! Ging, 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 mach Platz! Ich bin mein Wurm! Ich bin noch ein Wurm! Wettrennen! Und... Gewonnen! Okay, Leute, wieder Känguru! Tschüss, Brexie! Ab jetzt wird das ein Rennen! Und wieder ein Wurm! Nein, warte! Schnell, Wurm, Wurm, Wurm! Oh, tschüss, Brexie! Ich bin der... Ich bin eine Spinne! Ich bin schneller als du! Mann, du Blödmann! Jetzt muss ich ein Bär werden! Ich bin Spinne! Oh, Mann, ich muss echt auch ein Bär werden! Alles zerstören! Oh, hä? Spinne, 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 Brexie! Komm schon, komm schon, komm schon! Und ich bin oben! Sehr gut, Udi! Ich fliege ein Zähnchen runter! Quack, 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 quack! Ich bin ein Wurm! Und tschüss, Brexie! Ich bin der kleinste Wurm der Welt! Ich kann drüber springen als Küken! Guck hier! Und fertig! Mann, ich seh dich nicht! Och, Mann, du Blödmann! Ich seh deine Füße als Wurm! Das war aber schummeln, das ist unfair! Das war klug sein! Tschüss! Wir wissen, die dürfen das Rote nicht berühren hier! Und Känguru! Okay, Brexie! Nein, ich bin runtergefallen! Ich bin runtergefallen! Ha, ha, ich bin oben! Ja, Mann, das ist voll schwer! Wie hast du das gemacht? Ich lass dich nicht die Treppen berühren! Tschüss, du Blödmann! Das ist unfair! Ha! Okay, was sind wir jetzt? Ich werd' ne Spinne und krabbel die Wand hoch! Ich bin ein Bär! Ha! Funktioniert nicht! Du musst ne Spinne werden! Und jetzt nen Hühnchen! Und runterflattern! Haha! Okay, Leute, wir sind echt schon schneller als Brexie! Oh! Okay, Leute! Jetzt bin ich ne Spinne! Bist du mir hier als Spinne rüber? Nö, wir können Hühnchen bleiben! Haha! Hühnchen sind voll schnell! Ich fliege einfach ins zweite Ziel! Schau mal! Hä, wirklich? Und ich hab' einfach zwei Level übersprungen! Oh, das ist voll unfair, Brexie! Warum das denn? Warte mal, wir können einmal frei drehen! Oh, wir bekommen nen Skin, Brexie! Bitte was lilanes! Bitte was lilanes! Bitte was! Och, Mann! Aber das sieht auch cool aus, Brexie! Schau mal! Ich hab' jetzt... Oh, schau mal, was ich bekommen hab! Ich bin jetzt ein blauer Bär! Haha! Da-da-da! Ich dreh' auch einmal! Und los! Was bekommst du, Brexie? Und ich habe... Oh! Oh, was, 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 was? Oh, die... Was hast du bekommen? Wo kann ich das auswählen? Links! Bei diesem Pinsel! Äh, wieso? Ich hab's bekommen, aber... Hä? Bei dem Pinsel, du Blödmann! Da drückst du drauf und dann, was für ein Tier du bekommen hast! Dann musst du auf das Tier drücken! Du hast den grünen Bär! Hahaha! Hast du wirklich das so... Oh, Mann! Ich bin runtergefallen! Selber schuld! Blöd, Mann! Dann mach' ich das einfach als Spinne! Ha! Das ist voll einfach! Das muss man, glaub' ich, auch als Spinne machen, Brexie! Mach doch! Ich bin schon viel weiter als du! Oh! Wir müssen ein Wurm werden! Mann, wo bist du denn? Ich warte auf dich! Ja, na warte, du Blödmann! Du wirst schon sehen, ich muss ein Wurm werden! Und als Wurm gehen wir rein und da ist Brexie! Haha! Tschüss, Brexie! Hier muss man eine Spinne sein! Hey! Halt auf mich! Nö! Ich geh' aber auch auf dich gewartet! Und zack! Und dann müssen wir einfach nur noch hier hochgehen, Leute! Und Hühnchen! Oh, tschüss! Haha! Tschüss, Odi! Ich fliege ins andere Ziel schon! Mann, du bist so ein Schummler! Wir müssen doch hier die Matheaufgaben lösen! Haha! 1 plus 1, das weiß doch jedes Baby, Leute! Falls du weißt, was 1 plus 1 ist, schreib es mir in die Kommentare! Und falls du mal mitspielen willst als Morph, dann musst du jetzt auch ein Like und ein Abo dalassen! 1 und 1... 1 plus 1 sind natürlich 2! 0 mal 0 ist 10 oder 0? Nein! Es ist 0! Okay! 1000 minus 99! Mann, Brexie! Was ist 1000 minus 99? Na, 99! Ich mein' 999! Leute, schreib's mal in die Kommentare! Ist es 1 oder ist es 9? Aber ich glaube, es ist 1! Ha! Richtig, Brexie! Und 9 plus 10 ist einfach eine 19! Hallo! Hallo, Odi! Bamm! Haha! Bamm! Ich bin der beste Blaubeer, den es gibt! Tschüss, Brexie! Nein! Oh, du blöd! Ich lasse dich nicht hoch! Und jetzt werde ich das Rennen gewinnen! Und schau mal oben! Wir haben gar nicht mehr so viele Level offene! Ah! Ich bin runtergefallen! Tschüss! Ich bin oben! Hä? Warte mal, Brexie! Hier werden wir jetzt gefressene! Gefressen? Mhm! Wir müssen jetzt wahrscheinlich hier oben ein Tier nehmen, was gefressen werden kann! Okay, können Würmer gegessen werden? Ih! Nein! Würmer essen wir nicht! Eine Spinne! Eine Spinne auch nicht, Brexie! Ah! Ein Hühnchen! Ja! Ich liebe Chicken, Brexie! Tschüss! Wieso hast du jetzt nicht die Spinne genommen? Man darf doch keine Spinnen essen! Die sind doch giftig! Er soll mich essen! Nein! Tschüss! Oh Mann, Brexie! Das ist voll blöd! Und wir sind in seinem... Aus seinem... Popo raus... Ne, aus seinem Rücken, hä? Egal! Ich komm doch schon! Oh, tschüss, Brexie! Ha! Das ist unser... Wir sind schon bei Level 31, Leute! Das wird richtig cool! Oh, komm schon, komm schon, komm schon! Hier hoch... Warte mal, als Spinne können wir doch einfach hier hochkrabbeln! Ha! Tschüss, Brexie! Hm? Bist du hochkrabbeln? Ja, aber man fällt immer wieder runter... Oh Mann, Odi! Ich bin oben! Was kann ich dafür? Das ist echt schwer hier! Ich bin auch da! Haha! Okay, Brexie! Als Hühnchen müssen wir darüber... Tschüss! Oh, du Blödmann! Hä? Das schafft man doch gar nicht! Und dann muss man sich zu einer Spinne machen, oder? Tschüss! Wir sind so blöd, Odi! Was denn? Oh Mann, Odi! Oh, oben lang, du Doofkopf! Ich hab schon! Ja! Tschüss! Wir müssen einfach nach oben! Ha! Ich hab's geschafft! Und jetzt müssen wir eine Spinne werden! Ha! Ich warte nicht auf Brexie! Und hoch, da, hoch, da, hoch, da, hoch, da, hoch, da! Und spring! Und weiter, Leute, weiter! Oh Mann, ey! Ich bin echt gespannt, was uns am Ende erwartet, Brexie! Warte! Denkst du, da ist ein Preis am Ende? Robux! Leute, bleibt bis zum Ende dran, damit ihr auch seht, was ganz hinten passiert! Oh, ich bin echt aufgeregt! Okay, Brexie, wir müssen raten! Hm, wo geh ich rein? Ich geh bei grün raten! Dann geh ich bei rot rein! Oh Mann, das war falsch! Also grün und grün! Grün und jetzt rot! Dann ist es jetzt rot! Na, auch nicht! Dann ist die letzte auch grün! Grün und auch grün! Ha! Okay, Brexie! Oh! Nein, 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 du Blödmann! Oh Mann! Käse! Oh nein! Verdammt! Okay, ich weiß aber, wie das jetzt funktioniert! Bei Känguru müssen wir Regenbogensachen nehmen, Brexie! Ich meine, bei Regenbogensachen müssen wir Känguru nehmen! Tschüss, ich bin ein Wurm! Warte auf mich! Ha! Ich krieg durch die Kanalisation wie ein Wurm! Und ich bin jetzt groß! Oh Mann, du Blödmann! Und ein Wurm! Und ein Wurm! Tschüss! Ha! Und jetzt bin ich ein Blaubeer! Rar! Und kaputt machen! Kaputt machen! Oh! Hühnchen, Brexie! Flieg! Ha! Das Hühnchen ist echt am coolsten! Was ist dein Lieblingsmorph? Meins? Mhm! Das Känguru! Das Känguru? Wieso das Känguru? Weil es Kängurukur macht! Hahaha! Machen Kängurus wirklich so, Brexie? Hast du jemals ein Känguru gehört? Mh, nö! Du? Siehst du? Da musst du mir halt vertrauen! Du hast recht! Die machen bestimmt Känguru! Hm? Wir sind wieder Würmer! Wir sind bei einem Krokodil im Magen! Hm? Erzähl niemand, aber... Der Bär riecht, oh nie! Oh, der Bär riecht wirklich! Und ich habe wieder ein Freispiel! Warte, Brexie! Oh, oh, oh! Ich drehe, ich drehe, ich drehe! Bitte, Lila, bitte, Lila, bitte, Lila, bitte, Lila! Und wow! Brexie, ich habe was Lila jetzt bekommen! Hä? Ey, schau mal! Ich bin jetzt ein lila... lila... ...känguru! Haha! Cool! Warum bist du ein lila Känguru? Du bist pink! So wie Hanna! Haha! Tschüss! Oh! Mann, jetzt ist Känguru auch mein Lieblings-Brexie, weil der ist lila! Hm, okay, grün! Ich glaube, ich habe eine Idee! Und rot! Und wieder rot! Ha! Geschafft, Brexie! Wo hast du hier grün? Genau! Jetzt müssen wir wieder Blaubeer sein! Rar! 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 Und Hühnchen! Tschüss! Brexie, wir haben nur noch vier Level! Mhm! Und dann haben wir es geschafft! Oh, oh! Ich habe Schaden bekommen! Aua! Dann haben wir es echt geschafft! Was wäre hier am besten? Ich glaube, das ist Känguru, oder? Weil wir können einfach Trieberschrigen! Ha! Okay! Und... Ich bin eine Spinne, Oli! Tschüss! Ich werde das gewinnen! Und noch ein Level! Dann sind wir am Ende, Brexie! Wie cool! Und jetzt bin ich das Känguru zum Schluss! Wow! Brexie, die Skibbidi-Toilette! Hat uns... Hä? ...aufgefressene! Oh, wie cool! Wir haben es geschafft! Wir können einmal spinnen! Warte mal, Brexie! Die... 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 Die Skibbidi-Toilette hat uns gegessen! Jetzt sind wir hier bei so einem One-Block oder so! Aber schau mal, du kannst hier einmal spinnen! Echt? Oh! Oh! Und, 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 und! Was bekomme ich? Wow! Brexie, schau mal, was ich bekommen habe! Was hast du bitte? Oh! Oh! Eine blaue Spinne! Haha! Ich habe eine pinke Spinne bekommen! Nein, Mann, du hast wirklich nur rosa bekommen! Okay! Freunde, dann würde ich mal sagen, das war es mit dem Ende! Wir sind richtig cool geworden! Oder, Brexie? Sehr cool! Und wenn ihr, wenn ihr sehen wollt, wie wir in Roblox auf einem One-Block überleben wollen, dann müsst ihr jetzt ein Like und ein Abo dalassen! Und checkt auf jeden Fall meinen besten Freund Brexie aus! Er ist nicht immer ein Bär! Er ist mein gelber Kumpel und er ist richtig cool! Und, und falls ihr noch mehr Videos von uns sehen wollt, schaut die Videos hier oben an! Haha! Tschüss! Tschüss!